. . . . . . . . Moin, hier ist wieder euer Alex. . . Benni, 33. Ich habe keine Probleme. Ich bin Carla Scheichs und gleich ist der Scheiß hier am Danken. Ah, haaaah! Pfei, yawa, pa' la sprega, tui, mundu, empatia, en la ricoteca. Mhm, mhm, mhm. Das Agatau. Das Agatau. Kurdu. Ha, ha! Empatia. Ah! Ich kenne den Song, aber den beträgt nicht. Alex, erzähl mal kurz, du bist Fleisch-Sommelier. Und Fleischermeister. Was macht ihr da in der Fleischerei? Wir machen von der Produktion her alles komplett selber, eigene Herstellung. Besser kann man sich machen. Ja, was denn? Hey! Los, los, Peter Fox! Kein Affe! Augenblings Seeds. Ja. Nein! Uh! Das war Karma. Some people never get the honest to get right. Paris Hilton, Stars Uplines. Ah! Wenigst mehr. Keiner, du bist ein Superstar, du bist hier schon oft angetreten, und auch am 7.12. Bayer, kennst du den Song live? In Berlin wirst du antreten. Ja! Mit dabei Felix Dobrecht, Shiawu, Lorena Rae, Keiler Scheix und natürlich Finchi, alle mit dabei. Und Dennis und ich werden durch den Abend führen! Und dann mit den nächsten Willkommen zu Erkennst des Songs! Jetzt muss ich Gas geben. Weiter! Interview mit der Rückwärtsrunde! Ah oh 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 oh! Uh oh 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 oh! Oh 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 oh! Aaaaaah! Anyway, what is love? Booooooo! Idi, idi, di, di! Ein, zwei, drei, vier, hallo! Alex, wie schon besprochen, bist du Fleischermeister, Sommelier, Fleisch-Sommelier, und hast einen super TikTok-Kanal. Du machst das ja auch zusammen mit der Madita. Ja, meiner Schwester, genau. Ist das deine Schwester? Ich dachte, die wär zusammen. Nee, meine Freundin ist Marianne. Ist das so? Mein Sohn! Geht's mit fünfmal raus zu Marianne, ey! Das ist ja lustig. Viele Grüße an Marianne, die da steht ja natürlich. Das ist Chiago mit Raph Camorra. Liebe Grüße. Boah! Maschine! Ich hab mir grad selbst den Kopf aufgeschnitten, mit einem langen Daumennagel. Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nee! Ich hab mir grad selbst den Kopf aufgeschnitten, mit einem langen Daumennagel. Ich hab mir grad selbst den Kopf aufgeschnitten, mit einem langen Daumennagel. Ich will wissen, was Liebe ist. I wanna know what love is. Michael Bolton. DIN DAS! I want you to show me. I wanna feel what love is. I wanna know what love is. I want you to show ... Alex, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 22. Wie lang machst du das schon? Du bist ein Fleischermeister, wann hast du angefangen? Meinen Eltern gehört der Betrieb und ich bin im Betrieb groß geworden. War schon immer dabei. Hab dann 2018 mit ... Ich glaub, 17 meine Lehre angefangen. Dann hab ich während der Lehre mein Sommelier gemacht. Man durfte es eigentlich nicht, musste eine Prüfung ablegen. Hab dann den Sommelier gemacht und letztes Jahr Meister gemacht. Was heißt Sommelier? Ich kenn das beim Wein. So ähnlich auch für Fleisch. Einfach so Metz im Weinglas? Nee, nicht ganz, aber du lernst halt diese ganzen neuen Schnitte, die eigentlich aus den USA hier so rüber stoppen. Was die Deutschen nicht so gemacht haben. Du hast ja einen Schulabfluss, oder was hast du gelernt? Ja. Du bist jetzt eine Entertainerin, aber was hast du gelernt? Ich hab Abitur und ich hab ... Schnitt? Da ist eine Eins vorne. Eins Komma sieben. Im hinteren Eins Komma-Bereich. Acht. Ja, ist auch super. Ey! Ey! Aber du bist ja noch tierisch jung und schon so erfolgreich. Ich hab auch so, nämlich jetzt ... Der richtige Bildungsgang. Aber richtig. Ich hab nämlich auch Kommunikationswissenschaft studiert in Amsterdam, an einer sehr guten Uni. Dankjewel! Dankjewel, ein halbes Semester. Ja, gut, wir haben einen guten Abend. Das ist hier die Frage. Dankeschön, Robi und Julia damals, ne? Doja Cat, Paint the Town Red. Ja. Apropos Paint the Town Red, du hast ein tolles Geschenk dabei. Oh, nee, nee, nee! Hilfe! Unten ist der berühmte Fleischkäse. Ja. Wow. Bin ich von hinten in Schrimmhose? Riesenapplaus für das tolle Geschenk, guck mal hier. Das ist ein Soundtrack vom Barbie-Film, I'm Just Can. I'm Just Can. I'm Just Can. Ryan Gosling, das ist ein Soundtrack vom Barbie-Film, I'm Just Can. Ja. Yeah! Krass! I'm Just Can. 0, 3, 4. Du hast ein Matchball, einen richtigen Song noch. Ja. Du gewinnst. Ich bin fitter, weil ich vegan bin. I just wanna dance. Ja. Lass du bleiben? Äh ... Rihanna? Who's that Bitch mit David Guetta ist auch dabei. Who's that Chick mit David Guetta mit Rihanna? Ja. Wenn das die Version war, hast du völlig zu Recht gewonnen. Es gibt zwei Versionen, eine zensiert, eine unsensiert. Aber trotzdem war es die richtige Version. Du hast recht gehabt, Keila. Deswegen gewinnt Keila. Erkennst du den Song? Riechen Applaus, Keila erholst. Geh zu Anna, na, hol sie dir! Achtung, nur am Sockel anfassen! Nur am Sockel anfassen! Genau! Oh, oh, oh! Und die Köder singen für dich! Oh, 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 oh! Danke schön! Oben gibt's ein tolles Video, und zwar von Atlas. Hier werden heute noch Hexen gejagt. Auch in dem Studio. Und unten gibt's die letzte Folge von ... Er ... Kennt du ... Du ... Du ... D ... In ... So ... So ... Fragezeichen. Napsomil! Copyright Untertitel Napsomil